Yo, Hi Leute, hier ist der Miserungeon, mein Name ist Haffel und willkommen zu einem weiteren Upgrade-Video von meinem Ampel-Durchschwert. Ich hoffe, dass wir ihn auch mal irgendwo auf Fluss 9 bekommen. Ja, ich glaube, ich habe schon so um die 50 Fails auf Fluss 9, aber wir versuchen jetzt aber mal weiter. Zelle habe ich jetzt auch vorbereitet, aber ich glaube, ich habe keinen Seelenstein. Da kriege ich keinen Seelenstein? Doch, ich habe irgendwo Seelenstein, aber wo sind die? Ah, da unten, okay. Ja, wir werden jetzt heute fünfmal upgraden. Bei 30 likes gibt es halt ein größeres Upgrade-Video, also dann werde ich 20 mal upgraden, falls es jetzt hier nicht klappen wird. Und am Ende des Videos werde ich euch ein paar meine eigenen Videos verlinken, Videos, die ich selbst persönlich gut finde, die auch etwas älter sind oder neuer sind. Und genau, dann fangen wir mal jetzt hier mit einem Upgrade an. Ich glaube, einfach, dass es dann klappt. Und natürlich toll. Sag mal so, jetzt fängt er schon mal sehr gut an. Ich glaube, das Schwert war nur einmal fixiert. Also ist es schon ein bisschen schwieriger hier, ein Erfolg zu bekommen. Ah, Leute, ich war mal, wenn es echt klappt, ich verschenke 10 AK in dem Video. Also, ich verschenke jemanden, an jemanden 10 AK. Dann könnt ihr unten in den Kommentaren schreiben, falls es klappt, wenn es nicht klappt, dann, ja, dann Pech gehabt. Oh, EZ-Bettel fängt weiter an. Dann kann ich ja mit meinem Logo da gar nicht reingehen. Komm, na, natürlich nicht. Ich finde es schade, dass es nicht so klappt. Obwohl, die Prozente könnten sie auch mal ein bisschen höher machen. Aber, hm, das ist halt... So, nein. Er schaut mir zu, wie ich abrede. Oh, ha, 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 ha. Ja, noch einmal. Vielleicht wird es jetzt klappen, vielleicht auch nicht. Und, ja, ich möchte mich schon mal für die ganzen, äh, Abonnenten bedanken. Denn, ich habe halt vor ein paar Monaten, äh, von ein halbes Jahr, ca. wieder neu angefangen mit Noste-Videos. Und seitdem, ähm, ähm, ja, bekomme ich wieder ein paar Abos. Ähm, ich... Ja, äh, bekomme noch meinen Kanal an den ganzen neuen Leuten. Und, ja, ich hoffe, dass es jetzt klappt, komm. Äh, nicht. Ja, da werden hier keine 10 Lektar für los. Tut mir echt leid. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein wenig gefallen. Und, ja, Leute, viel Spaß und ich hoffe, ich lasse euch wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.